Ich möchte ja noch, ähm, du kennst doch dieses normale Autobahn, ich möchte noch so eine Mission bei der Wüste machen. Ja, Test abgeschlossen. Ach egal, gucken wir nicht weiter, sondern... Oh, kacke, der Control ist runtergefallen. Ja. So, ich bring ihn jetzt zu der Salzwüste und da fährt er den... Weiß nicht. BMW. Was, den? Ja. Okay. Ich erlaub's dir. Welchen Wagen willst du denn fahren? Ich muss, ich muss den nicht tunen. Ich fahr den ja nie. Ich fahr den nie. Den. Den, den du tunen möchtest. Ja, kann ich mal einen Serie oder vielleicht den BMW? Ja, fahr mal einen Test mit dem. So, jetzt ist er an Steuer. Ja, ja, warte mal. Ich nehm den... Hä? Aber vorsichtig. Du... Ich geb' dir den... Ich geb' dir den BMW, aber nicht in Performance. Lass mal die Bremse los. Ich geb' ihn dir... Ich geb' ihn dir... Hör auf damit! So, den fährst du jetzt. Ich bring' dich zurück. Doch, dich hört man. Ich weiß. Missionen, nein, du fährst den Test. So, aber schalten auch. Nein, ich möchte es nicht. Du gibst den Mini-Druck. Ich geb' noch nie. Du gibst den Mini-Druck. Da ist... Ja, jetzt schweckst du eh. Nein, du fährst den Mini-Druck. Nein, es ist nicht. Er fährt nur auf den Test. Nimm doch Windschotten von ihm. Fahr hinter ihm. Er versteht nicht, was Windschotten ist. Du hast nicht mal Silber geschafft. Nochmal. Ja. Ja, weil du... Ja, weil du... Warte, ich bring' dich zurück. Ich bring' dich zurück in den Rückwärtsgang. Willst du mal? Ja, ich bring' dich zurück in den Rückwärtsgang. Aber lass' dich zurück in den Rückwärtsgang haben. Du machst das Lenkrad kaputt. Kaputt. Ich bring' dich nur rückwärts. Oh mein Gott. Ja, jetzt kannst du vorwärts-rückwärtsgehen. Wohin mit dir? Du musst da hinten hin. Hast du mehr Anschwung? Doch, du musst mehr Anschwung haben. Du brauchst mehr Anschwung. Fahr. Du lenkst nicht mehr. Und ich muss für dich scheiden. Noch nicht. Okay, wenn du keinen Anschwung willst und du wieder verlieren willst und ich kann... Mikro aus Versehen gerade rausgegangen. Aber... Halt. Ich helfe mir. Du lenkst mich. Der lenkst nicht mehr. Der hat... der hat's besser getunt. Aber du verlierst eh wieder. Weil du nicht ganz hinten warst. Du warst nicht ganz hinten. Du musst bis nach ganz hinten und dann... ...wieder... Nein. Und dann nicht Gas geben. Ich fahr dich zurück und dann fährst du wieder. Wieder Gas. Automatik. Du kannst Kontrollern, Lalo. Ich stelle dir gleich Automatik ein. Ja, gut. Ja. So, jetzt stelle ich die Automatik ein und dann... Ja. Wie toll. Wolltest du gerade sagen, ne? Äh, da war's doch. Leute, ich will kein Rennen. Nett euch. So, jetzt schalte davon selber. Du musst nur fahren. Ich will nicht so viele Guck mal einsetzen. Okay. 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 Ja, er fährt wie... Was weiß ich. Er gewinnt gleich wieder nichts. Glaube ich. Ja. Er gewinnt wieder nichts. Immer knapp. Wolltest du einen anderen Wagen fahren? Weil im Gelände ist der kacke. Ich gebe dir mal einen anderen Wagen. Mit... Den ich benutze. Kawasaki? Nee, die brauche ich... Nein. Der ist auch voll aufgetunet. Den brauche ich nicht mehr tun. Wolltest du den? Den benutze ich aber nicht. Warte, ich... Ich zeig dir, wenn ich benutze. Den benutze ich. Der wüsste, der wüsste es auch nicht mehr. Warte, ich will nicht zurück. Ich bringe dich zurück. Ich hab dreiundreißig tausend. Ein Mann. Wichtig, ich bin nicht. Du fährst jetzt einfach nur... ...und machst du ihn nicht kaputt. Ich holst so hard auf den Controller. Du bistSL- paljon. Das schaust du locker, guck mal. Auch mit ganz vielen anderen Autos. Geschafft. Und du hast ihn gejunkt. Ja, weil das der Test ist. Und nicht diese Mission. Ich kann hier auch 18 machen. Wolltest du nochmal? Warte! Du fährst gleich den BMW. Ich will nicht von dir kommen. Hörst du auf? Auf Gas zu drücken. Ich seh das. Marc. Guck es auf. Ja. So. Jetzt fährst du den BMW. Nein, nicht den BMW. Sondern du fährst den, den du selber getunt hast. In Performance. Nein. Wo ist der? Ja. Ich muss noch gucken. Wo ist der? Da ist der. Den fährt der grad. Glaube ich. Nein. Den hast du selber getunt. Ja. 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 Fynniget hat. Das ist mein Ding. Und das kommt. Und das ist das dein salon. Ja. Ja. Ich weiß, dass du das hier schäd々st. Ja. Aber auch nicht extra machen. Mach's so wie im echten Leben. Den hab ich auch. Der will nur angeben. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja. Also. Mach. Es hat mir gedacht. Schauen wir nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.